so hallo wir machen weiter bei hyrule warriors age of calamity nicht birth of wie ich es in folge 91 und 92 glaube ich gesagt habe ja wir haben eine problemmission das ist die hier die ist schwierig entscheidung in hatenung die ist schwierig wir müssen auf jeden fall in die mission reingehen wenn wir volle volle die die volle heilleiste haben das ist wichtig ich dachte mir jetzt vielleicht gucken wir uns erst mal eine andere mission an vielleicht ist ja eine angenehmer nur hier zum beispiel auch noch eine wirbel des zorns guck mal doch einfach da mal rein vielleicht ist die angenehmer zumindest muss ich da nicht verschiedene charaktere durch die gegend schleifen ja wir schauen mal was hier uns erwartet auch da gehe ich jetzt natürlich ist es mir bewusst auch da gehe ich jetzt natürlich ohne volle leiste rein mal gucken ja äpfel genau die leider kann man die halt nicht kaufen leider muss man die irgendwie in missionen finden oder kann ich die kaufen ich habe es bisher nicht festgestellt gebacken sind sie noch aromatischer das bringt hier überhaupt nichts der hinweis so das bringt in birth of the wild bringt der hinweis was aber hier bringt er das gebacken eigentlich überhaupt nichts du hast halt diese leistung die kannst du einsetzen dann kommst du energie zurück also das war es aber naja wir probieren jedenfalls erstmal die mission hier aus zwölf minuten zeit und wir kämpfen einfach eine runde fünf gegner sind vorerst vorgeschrieben mit einem magma rock geht es los und aktual und aktuell ist unsere leiste und die ist ganz leer ups ich dachte ich hab hä war die nicht zumindest ein bisschen voll die anderen malen naja ist ja wurscht weil man kommt nicht hoch genug mit dem scheiß pfeil es ist so zum mäuse melken ich darf mich jetzt auch nicht zu lange aufhalten mit zu kleinen gegner ich komme nicht höher warum kann der nicht höher zielen ach link das war nicht was ich wollte das war gut das war nicht so gut wow es muss doch jetzt ja mein gott drei jahre später habe ich dann mal geschafft aber energie ist jetzt nicht so geil da muss man jetzt auch mal sagen jetzt kommt endlich mal was brauchbares das hat gedauert ach so scheiße ist ein magma rock es ist ja nicht nur ein zorn jetzt ist ja auch noch ein magma rock zusätzlich aber jetzt haben wir ihn dauernd meine güte so was kommt jetzt ach der nächste große ach schade okay gehen wir mal mit bisschen magie voran man muss es ja nicht komplizierter machen als es ist auch die magie muss ich dann auf jeden fall wieder aufladen bevor man hier weitergeht ich sehe nix sehr nice und tschüss der ging schon ein bisschen schneller problem ist meine energie kriege ich hier irgendwo energie her wieso lebt er jetzt noch was war das denn gerade für eine aktion ok hinox keine energie wo ist der hinox dahinten ok ich gucke mich mal kurz nach kisten um aber ich nehme an ich sehe keine hier mein den hinox sollte ich hinkriegen ohne großartig viel energie zu verlieren theoretisch und sind auch keine kisten oder ne nirgendswo kisten nirgendswo kisten ja das heißt wahrscheinlich keine highlight items gut weg 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 ok das kannst du machen das kannst du machen hier bomben und ich bin wieder zu langsam ach das kotzt doch an ja jetzt kann ich nicht boah ok sehr nice sehr schön ok wusch wusch muss halt ein bisschen auf die zeit gucken da kommt noch einiges sehr gut ich muss schon mit dem schwert dann ok ok dies gott ok jetzt aber jetzt dass dass immer manchmal braucht man einfach zu lange dafür so jetzt weg damit Zack, 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 zack. Oh, nee. Jetzt bin ich wieder zu niedrig. Ich könnte kotzen. Wieder zu niedrig. Ich komm nicht höher mit den Scheißpfeilen. Mein Gott. So, hier, weg mit dir. Was kommt jetzt? Ein Leune? Müsste jetzt ein Leune eigentlich kommen. Ah, ein Wächter. Okay, und dann ein Leune. Okay, der könnte ein Problem werden. Weil energetechnisch. Scheiße. Dann müssen wir da... Ja, ja, ja. Dann müssen wir hier... Au, Mist. Ja, ich wollte gerade sagen, dann müssen wir hier... Anders vorgehen. Sehr nice. Muss ich jetzt böse Magie spammen die ganze Zeit? Yo, was war das denn für eine Attacke? Riskant, aber hat ihn gehauen. Und nochmal. Yikes. Yikes. Nee, jetzt hab ich dich getroffen. Ah, dass der aber... Aber er trifft. Scheiße. Ah, Mann, wenn ich ne... Ah, das gibt's doch nicht. Okay, das krieg ich hin. Sehr schön. Aber jetzt komm ich gegen den Leunen da nicht an. Ach, das ist doch kacke. Jetzt reicht's für den Leunen nicht, weil ich mich nicht heilen kann. Scheiße. Habe ich blöd gemacht, habe ich blöd gemacht, habe ich blöd gemacht. Ja. Wo ist er? Moin. Ich muss jetzt so viel Magie spammen. Das... Wird gar nicht klar gehen. Ich muss jetzt richtig Magie spammen. Hilft nix. Ich komm nicht. Boah. Ich wollt grad sagen, ich komm nicht zum Spammen. Der ist so schnell. So schnell kann ich gar nicht die... 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 Die Blitz-Taste drücken. So, hin. Ab dafür. Gleich nochmal. Oh Gott, 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 oh Gott. Gleich hin. Nein, ich hab nix anderes mehr. Okay, dann Eis. Wieso ist das Blitz schon leer? Das ist nicht, was ich wollte. Dann Feuer. Oh, yes. Geh down. Uh, Junge. Okay. Okay. Die Magie ist so mächtig. Die Magie ist so unfassbar mächtig. Das ist nicht mehr normal. Ja, nice. Genau sowas suche ich. Perfekt. So. Kann weg. 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 Ai, 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 ai. Dunkelgewand Ach, jetzt haben wir Jetzt haben wir dieses Darklink-Outfit fertig Jetzt haben wir das Darklink-Outfit fertig Okay, jetzt wechseln wir zu Darklink Das war das, was mir noch gefehlt hatte Sehr schön Habe ich in einem der letzten Parts gesagt Crown hätte gerne, dass ich mal Darklink mache Ich konnte es gar nicht, weil ich es gar nicht hatte Ha So, jetzt können wir Darklink machen Ich glaube fest an dich Das ist schön Ich glaube auch an mich So, es war da hinten Irgendwo Genau da Zack 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 Jetzt haben wir Okay, die roten Augen finde ich ein bisschen befremdlich Aber gut Lassen wir das mal eine Runde Ähm Aber ich muss zwischendurch Es hilft nichts Ich muss zwischendurch definitiv Mich irgendwo in irgendeiner Mission aufladen Nehmen wir einfach nochmal die erste Ne, das ist nicht die erste Wo ist die erste Mission? Da? Ne 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 Hier, das ist die allererste Mission Nehmen wir die mal her Und raschen wir mal schnell durch Machen wir ein paar Magier kaputt Dann kriegen wir unsere Magie wieder Und so weiter Die geht ja richtig fix Die Mission Ne Ne, ich lasse Zelda als Zweitcharakter Weil dann wird sie gelevelt Dann wird sie mit gelevelt Und ich brauche Ne, ich brauche eine starke Zelda Ich meine, ich kann sie eh leveln Über den Über die Wisst ihr schon? Über die Über die Über die Über die Manöver Platz Also Dann 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 So. Ah ne, hier oben war das. Ups. Ja, ist doch gut. Ach, muss ich... Ja. Muss ich mir die ganze Sequenz wieder anschauen. Stimmt, hab ich ganz vergessen. Dass es die ja auch hier gab. Ne, hier komm ich gar nicht rein, hä? Ach doch, jetzt. Da hinten waren, glaube ich, auch Kisten. Ja, hier krieg ich schon wieder Energie. Ja, jawohl, sehr schön. So brauchen wir das. Ui. Genauso brauchen wir das. Hier war, glaube ich, auch irgendwo Kisten. Ach, da war da nur ein Krog. Ah, guck mal. Es füllt sich aber auch durch das Besiegen von Gegnern, füllt sich's auch auf. Weil die auch manchmal scheinbar so Zeug... Okay, da hier war gar nichts. Wurscht. Wurscht, wurscht. So, ähm... So, ähm... Hier muss ich rein. Ja, alles easy. Ja, alles easy. So. Den haben wir weg. Novo-Kisten hier zufällig. Nein, okay. Ja, ist doch gut. Du musst mir jetzt nicht ständig neue Sequenzen zeigen. Jetzt kommt es mit dem Turm, ne? Ja, 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 ja. Weg. Äh, jetzt bin ich wieder hier. Dann gehen wir halt erst nach hinten. Ist okay. Okay. Da war nur Rubine drin. Moin. Tschüss. Jawoll, da war auch wieder was dabei, was den... die Leiste auffüllt. Sehr schön. Ah, da war auch was dabei für den... für die Leiste. Sehr gut. Schön. Ach, komm, mach'n Abflug. So. Jawoll, da war auch wieder was für den Apfel dabei. So, hier hoch. Au. Hier rein. Na, wo ist er denn da? Kommt, geh mir nicht auf den Keks, mach dich weg. Das war dieser Vorposten. Und da unten ist der andere. Alter, ist doch gut. Ja, nice. Kisten mit Magie brauchen wir auch. Sehr schön. Kisten, Kisten, Kisten. Prima. Die Magie ist gleich voll. So muss das. Kein Interesse an euch. Oh, ich laufe falsch. Sehr schön. Da war dafür jetzt allerdings ein Ding. Aber... Ja, würde ich nicht dumm. Wo muss ich denn hin? Ah, da rein. Da geht's lang. Jetzt haben wir's. Aber es ist nur Feuermagina. Es ist die andere Magie, glaube ich, hier noch nicht. Mal gucken, ob da noch ein Elektromagus auftaucht. Wäre praktisch. Eis haben wir, glaube ich, fast... Nee, Eis haben wir auch nicht. Wir haben nur Feuer jetzt voll. Ups. Dann muss ich da ja sogar... Na, was ist jetzt los? Weiter. Hopp, hopp, hopp. Wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Ich weiß es. Hab schon vergessen. Waren die nicht hier? Sind nicht hier Moblins aufgetaucht? Auch auf dem Feld? Nee. Ach, die waren da drüben. Stimmt. Stimmt, da war was. Ich eile ja schon. Ah, jetzt könnte ich auch Zelda spielen. Lass mal kurz gucken. Da ist ein Feuer... Das sind nur Feuerviecher auf dem Feld. Der Feuer bringt mir jetzt überhaupt nix. Okay. Aber Zelda kann jetzt übernehmen. Dann... Nee, ich meine, sie kann übernehmen. Ich übernehme, Link. Dann levelt sie ein bisschen schneller. Wobei es jetzt wahrscheinlich nicht wirklich viel EP gibt hier. Aber was soll's. Ist ja egal. So. Oh, es hat nicht getroffen. Ach, was soll das denn? Dann eben so. So. Freundchen. Aua. 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 So, das war die Nummer. Tauscht jetzt noch ein anderer Markus auf? Ich glaub, es bleibt beim Feuer, Markus. Na, der nützt mir nix. Ach, das war die Mission. Ja, moin. Das war die Mission. Ja, gut. Aua. Das war ja die ganze Mission. Okay. Wow. Diese, diese EP-Steigerung. Habt ihr die gesehen bei Zelda? Faszinierend. Okay. Das hat nicht viel gebracht. Das hat gar nicht viel gebracht. Dann hätte ich auch mit Link weiterkämpfen können. Das ist okay. Na ja, na ja. Was soll's. Feuer ist wieder aufgeladen. Äpfel sind auch wieder aufgeladen. Wir brauchen jetzt noch irgendeine Mission, wo ich Eis und Blitz wieder aufladen kann. Dass man das nur in Missionen kann, ist ein bisschen doof. Fragezeichen. Weiß nicht, finde ich irgendwie. Aber naja. Im Herzen der Verheerung. Das klingt halt auch nicht so angenehm. Aber Stufe 77 klingt, als ob man hier... Also, die anderen Stufe, die war hier zum Beispiel, die war 80. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist denn das, was wir gerade gemacht haben? Hallo? Nee, wo ist die nicht so, die wir gerade gemacht haben? Bin ich doof? Nein, ist ja wurscht. Schauen wir uns die halt mal an. Vielleicht haut die ja auch ganz schnell hin. Vielleicht geht die ja sogar. Vielleicht geht die ja fit. Wir werden es sehen. Wir probieren es aus. Wir werden es sehen. Auch hier kämpfen wir jedenfalls nur als Link. Wir probieren es doch mal aus. Ich dachte zwar, das ist die schwierigste am Schluss. Aber rein von der Stufe her, die verlangt wird. Stufe 77 reicht hier aus. Und die andere war Stufe 80. Weiß ich nicht. Wir gucken mal. Kannst ja kurz probieren am Ende des Parts. Und wenn ich merke, es wird nichts, dann brechen wir es halt ab. So einfach ist das. Okay, wir kämpfen auf dem großen Hyrule-Feld. Und als erstes gegen den Fluch. Aua. Ah, ich wollte rechtzeitig ausweichen. Es hat leider nicht hingehauen. Dafür haut das hin. Nein, es hat doch nicht mehr viel gefehlt. Ach, ich hasse das. Ah, warte. Ich kann hier, glaube ich, gar nicht, oder? Darf ich mich hier aufladen? Nein, die Taste reagiert auch überhaupt nicht. Ich kann hier, ich darf hier weder Magie einsetzen, noch sonst irgendwas. Okay, alles klar. Okay, ja, ich kann's nicht. Das ist das, das ist die Schwierigkeit gewesen bei der Mission. Ich darf mich nicht heilen. Ja, 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 ich erinnere mich. Oh, ich dachte, ich bin schnell genug. Ah, das ist natürlich blöd. Und ab dafür. Aber das ist natürlich... Ja, das wird dann ein bisschen... Ja. Ja. Das wird dann leider ein bisschen problematisch. Aua! Nice. Jetzt aber. Sehr schön. Sehr gut. Weg, 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 weg. Nein, fast, aber nicht ganz. Ach, ich treffe mal nicht. Jetzt. Nein, ich muss... Ich dachte, ich habe mehr Zeit zum Hinlaufen. Hatte ich leider nicht. So, aber auch der ist gleich down. Und bei dem haben wir relativ wenig Energie verloren. Problem ist, es kommt noch der Blitzfluch. Und der macht deutlich mehr Damage als der Feuerfluch. Okay, weg, 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 weg. Ah, der ist gar nicht gestunt. Ich dachte, der ist gest... Aua, oh mein Gott. Das war blöd. Jetzt ist er gestunt. Yes. Ab dafür. Hei, jei, jei. Mach ich das jetzt am blödsten? So nicht. Okay. Ah, der kann den Scheiß. Ich darf... Sobald ich zu nahe zu dem hinkomme, der hat eine böse Reichweite. Das ist das Problem, Alter. Der hat eine richtig böse Reichweite, der Kollege. Ja, und er kann halt so eine Scheiße machen. Nice. Weg, 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 weg. Okay. Ist es wieder Eis? Ich hoffe, ja. Ja. Ich habe es leider hinter dem Baum nicht gesehen, aber es hat gepasst. Nice. Nochmal. Sehr schön. Weg, 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 weg. Jetzt macht er wieder so eine Scheiße. Ja, und dann haut er halt direkt drauf. Das ist das Ding. Äh, okay. Nice. Gerade erwischt. Ich dachte, ich kriege ihn nicht mehr. Sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Mit ein bisschen Glück war es das jetzt. Nicht nochmal Schaden bekommen, nicht nochmal Schaden bekommen. Der ist so gut wie down. Und jetzt nochmal Schaden von dem einstecken, ja echt ärgerlich. Und böse unnötig. Okay, weg mit dir. Blitzi, 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 Blitzi. Wo ist Blitzi? Blitzi kommt gleich angeblitzt. Ja, genau so meinte ich das. Aua. Ja, 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 ja. Du bist ein ganz ein schneller, ich weiß. Alter, das, 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 der wird böse. Jo. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Nein, es hat nicht gereicht, es hat nicht gereicht. Oh, weg, 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 weg. Okay, perfekt. Nein, es hat nicht gereicht. Verdammt. Jetzt aber. Okay, weg mit dir. Der hält dafür nicht ganz so viel aus. Wenn ich mir das so angucke. Jetzt kommen die blöden anderen Dinger. Ja, 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 scheiße. Ja, die muss ich erst loswerden, sonst wird das nix. Du bist ein... Du, 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 du. Nein. Sehr geil Ah, nee Wo ist der andere? Okay, den hat's erwischt Ah Okay, perfekt Ich muss ihn nur noch einmal Ja, perfekt Nice, 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 nice Mach'n Abflug, mein Freund Nein, ich hab's verfehlt Ah, ist das ärgerlich Ärgerliche Momente Nein, ich muss ihn nur noch einmal erwischen Mit dem Mit dem Schild Yes, 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 yes Mach'n, 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 mach'n dich weg So, jetzt kommt die Besessenheit, ne Glaube ich Besessenheit und dann müsste Gano nochmal kommen Ja, da ist die Besessenheit Also irgendwo ist die Besessenheit Wo ist die Besessenheit? Die fliegt mir gleich irgendwie ins Gesicht Ich seh's schon kommen Ja, wo ist er denn? Hallo? Ach da, ich seh's auf der Karte Ich bin blind Ich muss zu ihm kommen, ne? Okay Ich seh's auf der Karte Okay, 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 okay Ne, du bist nicht die Besessenheit Fast Knapp daneben Yo Sehr geil Mach' sowas öfter, bitte Mach' sowas bitte öfter Das wär cool Nice Ihn mit einem Ding direkt da reinzubekommen Ist schon mal schön Zack Weg, 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 weg. Ja, genau. Wir machen das gleich nochmal. Finde ich super. So können wir das weitermachen. So können wir weitermachen. Brafe Besessenheit. So können wir weitermachen. Nice. Gleich die nächste hinterher. Zack. Willst du das gleich nochmal machen? Okay, das können wir auch machen. Bin ich voll da für? Bin ich voll dabei? Du machst es mir gerade sehr leicht. Das hat nicht gereicht. Nice. Okay. Optimal. Das lief viel zu gut. Das lief viel zu gut. Sehr schön. So, und jetzt noch Ganon. Puh. Einmal hier. Oh ja, der hält wieder viel aus. Der Gute. Das war nicht so geil. Ai, 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 ai. Nice. Sehr nice. Ab dafür. Sack. Oh Gott, älter. Die Energie von dem, ne? Insane. Ja. Ah, komm mir nicht zu nahe. Bleib weg. Ich trau mich nicht zu nahe hinzugehen. Ich möchte es eigentlich lieber nur dann machen. Ich weiß es nicht. Oh oh. Ja, das war nicht so cool. Jetzt. Ice. Ah ne, ich habe ihn gerade ges... Oh scheiße. Ich dachte, ich habe ihn... Ja, shit. Aber genau auf sowas warte ich eigentlich, dass er irgendwas macht, wo ich gegen halt gehen kann. Weil so direkt hingehen ist gefährlich. Sag ich mal. Vorsichtig ausgedrückt. Bomben. Zu langsam. Viel zu langsam. Scheiße. Weg. Oh Gott, ja. Oh, hier ist das... Da, 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 da. Nein, Energie, 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 Energie. Weg. Scheiße. Ich habe halt... Das Problem ist halt, ich habe zu viel Energie verloren. Am Anfang. Das ist das Problem. Wenn ich mir bei den Titanen, äh, Titanen, sag ich schon. Wenn ich bei den Flüchen nicht so viel Energie verlieren würde, könnte ich hier entspannter durchgehen. Eigentlich hat mir nur der Windfluch am Anfang so richtig... Oh, nice. So. Hälfte haben wir. Ich darf nicht zu nah... Okay, was kommt jetzt? Ja, es wäre die richtige gewesen, aber ich war zu weit weg. Schade. Nö! Hin und weg, hin und weg, hin und weg. Alter, das war super knapp. Hin... Nein, lieber weg. Weg, 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 weg. Okay. Den mache ich mit. Yes. Sehr nice. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Weiter, 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 weiter. Ja, perfekt. Ab dafür. Weg, 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 weg. Nein, das war die falsche. Ich muss hier weg. Boah, das war super knapp. Der hat mich eigentlich treffen müssen, aber zum Glück hat er mich nicht getroffen. Weg, 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 weg. Ja, 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 jetzt kommt die Scheiße wieder. Okay. Krieg ich ihn? Ja, nice. Sehr, sehr gut. Zweimal vielleicht noch. Weg, 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 weg. Alter, scheiße. Noch eins zu treffen und ich bin da. Oh Gott, mach den nicht, mach den nicht, bitte. Okay, weg, 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 zurück an den Absender. Und hin, 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 schnell, schön, schnell. Und wieder weg, 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 weg. Ei, 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 ei. Wow. Uh, das war kritisch. Nein, 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 nein. Ah, ich hätte es mal... Jetzt hätte ich es machen können. Ich habe es verpeilt. Oh, Scheiße. Kritische Momente. Jetzt hat er mich zweimal mit diesem Scheißsprung bekommen, ne? Okay, den kriegst du wieder zurück. Schnell hin. Und hoffen, dass es reicht. Komm schon! Nein! Komm schon, komm schon! Es hat gereicht! Alter! Nice! So, wir haben zwei Waffen mit kombinieren. Da muss ich aufpassen, dass ich die nicht rausschmeiße. Okay. Junge, 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 Junge. Das war wieder eine Mission. Puh, okay. Es geht auch ohne Magie. Wenn man genug Zeit bekommt. Alter Schwede. So, das war das. Ei, 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 ei. Jetzt bleibt noch die hier. Rückkehrt eines Gegners. Auch wieder alle mit vier Leuten. Und es bleibt noch die. Sehe ich das richtig? Und es fehlen noch zwei Missionen? Ne, ja. Hä? Oh no. Ist das ein... Ach, nee, Quatsch. Ich habe ja da oben noch. Was fehlt hier? Nee, da fehlt die Wächterurkunde. Was fehlt hier? Hinox Herz und Hinox Urkunde. Was fehlt hier? Hinox Urkunde wieder. Okay. Ah, wie viele Diamanten will der eigentlich haben? Fünf, okay. Was fehlt hier? Ach, die Exalforßschwänze. Ah, ja, 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 ja. Was fehlt hier? Ishirok. Ach ja, die gab es ja auch noch. Da muss ich ja alles noch... Ich stimme, da muss ich ja nochmal in die ganzen kleinen Missionen reingehen. Habe ich wieder vergessen. Habe ich wieder ganz verdrängt. Aber ich bin irritiert. Es gibt zwei Missionen noch. Und in beiden kriege ich so einen Missionsstein. Dann würde am Ende einer übrig bleiben. Oder es kommen noch mehr Missionen nach. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe nicht. Es müssen nicht noch mehr Missionen kommen. Also wirklich nicht. Ich bin bedient. Es ist in Ordnung. Gut. Jedenfalls, der Part hier ist erstmal durch. Danke fürs Zuschauen. Und Tschüss.